Es beginnt. Spanien gehen, Schweden. Spanien ist ja so der All-Time-Favorite im Fußball. Vor allem im europäischen Fußball. In letzter Zeit hat es nicht so gut geklappt. Und da ist das schnellste Tor. Morata. Morata mit der Chance. Nur noch Morata. Der ist drin. Ja. Live. 2-0. Oh mein Gott. Wie leistet die Schweden sind. Ja. 3-1.